Jo Leute was geht ab? Ich dachte mir heute, weil ich kann eh nichts mit meiner Hamsterfresse, ich kann kein gescheites Video mit meiner Hamsterfresse aufnehmen, weil alles weh tut und ich hab gesehen, dass Arrive HD mal so ein Video hochgeladen hat, wie er auf irgendwas reagiert hat und es hat 400.000 Klicks gemacht. Deswegen hab ich gedacht, ich reagier heute auf irgendeine Scheiße. Auf jeden Fall reagieren wir heute auf Expensive Fails, also wo irgendwo mal was richtig Teures kaputt gegangen ist oder wie auch immer und jetzt geht's los, Alter, direkt mit dem ersten Clip. Alter, Alter. Wisst ihr, wisst ihr, bei sowas auch, wer räumt die Sauerei wieder auf? Wer macht das? Wer hat Bock da Pepsi aufzuräumen? Ja, seh ich schon, komm, seh ich schon, komm, Alter, seh ich schon. Alter, Digga. Alter, ich hätte nicht so geschlagen, wenn es mein Mech wäre. Blatt, genau. Don't try this at home. Don't try this at home. Digga. Ja, wow. Don't try this at home. Ja, ne, ja, klar. Klar. Ja. Ja, Digga, was... Junge, sorry, aber... Bruder, was hast du gedacht? Was hast du gedacht? Was hast du gedacht? Oh mein Gott, Alter. Oh shit. Oh shit. Ich kann ihm eine Fresse versehen, aber er leckt mich doch am Arsch. Oh scheiße. Digga, das ist ja voll aussozial. Alter. Ich darf einfach nicht lachen, Mann. Yo, Alter, was? Yo, Digga, yo, Alter. Digga, die haben komplett den ganzen Baum weggefasst. Ja, der Kollege haut einfach seine Lampe weg. Kenn ich. Hat auch schon mal so eine Story. So, jetzt kommt ganz kurz ein Storytime mit Tonveränder. Storytime mit Tonveränder. Wir haben bei uns im Wohnzimmer so eine Lampe, die ist genau so, also, also hier steht so Sofa, so, hier ist so Sofa, genau, und dann ist da so ein bisschen die Lampe. Und wenn ich mich da irgendwie so, und wenn ich halt vom Sofa irgendwie so hochgehe, so, oder ein bisschen springe, oder irgendwie sowas, dann schlage ich jedes Mal meinen scheiß Kopf da an. Und die Lampe, die scheppert wie sonst noch was, aber zum Glück ist sie noch nicht kaputtgegangen. Tutu, tutu. Er trifft so seinen Mac, er trifft so seinen Bildschirm, er trifft so seinen Bildschirm, er trifft so seinen... Ja, ganz einfach, so klaut man ein Handy heutzutage. Oh, Digga, das ist echt mies. Das ist richtig mies. Digga, wer macht sowas? Wer macht sowas mit seinem Auto? Warum? Warum macht man sowas? Aua. Aua. Digga, wer, ich verstehe auch nicht, wer macht sowas? Wieso fährt man mit seinem Mac da rum? Oh je. Oh. Oh, rip. Ja. Einfach nur dumm. Oh, B****. Are you okay? Alter, Digga. B****. Ich hätte so gelacht, wenn der einfach durch die scheiß Heckscheibe im Auto drin gelandet wäre. Oh, B****. Nein, nein. Nein. Warum? Warum? Alter, das hat doch weh getan. Wie scheiße. Oh, shit, Alter. Samme Auto. Oh, Digga, das ist auch mies. Es gibt hier diese Löcher. Alter, Digga. Yo Yo, schon mal vor dein ganzes Haus ist einfach so weg dann Oh, dein Baum fällt in einen Garten, auch cool Ja, ja, das kenn ich, das kenn ich, der kleine Go, alter Der will noch so extra mit der Kamera angeben, das ist safe so eine RED Kamera für 8000 oder so und dann crack der einfach weg, alter, aua Oh, mein Gott Oh, ho, 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 ho Ah, jetzt habe ich gecheckt, das war Glas und es hat, glaub, irgendwie so mit der Kante das berührt Ach du Scheiße Ja, das, das ist nicht so schlimm Oh ne, oh ne, oh ne, Endstation Äh, finito, das war's Er hat sich die Scheiße gegen Oh, Jungs, das kennen wir Woher Er schießt einfach gegen seinen Scheißmonitor Ja, und jetzt kommt seine Oma oder so Ach, Digga, Digga, warum Ach, Digga, Digga, warum Was macht der? Ein Grill Dach runterrollen oder das? Ha, ha, alter Hm, die Dinger sind auch nicht so billig Ich hätte gesagt, das reißt, aber die ganze Dinger ist zusammengecrackt Stop, 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 stop! Äh, lol, okay, komm Safe unfair gebaut Ah Jawohl Voll reingebrettert in die Garage Digga, das ganze Brot, das ganze Brot gibt unten Digga, warum fliegen die nochmal rein, ist sie behindert oder was? Hä? Die hängen komplett, wie kann man, Digga, sorry, aber, sorry, wie kann man so einen Hänger haben, der nochmal rein fliegen? Den legst du aufs Maul, den legst du aufs Maul, den legst du komplett aufs Maul, ja, ja, den legst du aufs Maul, ja, alter und wie, ja, alter, leck mich am Arsch, leck mich am der legst du komplett aufs Maul, alter, Digga, was soll man, Alter, was soll man du fahre da? Ja, jetzt habe ich sieblet, Bruder, ja, ja, Digga, wer macht sowas? Wenn man, Junge, hä, auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen, seinen Computerscreen so zu cracken, Junge, what the fuck, Alter, yo, alter, Digga, yo, Alter, hat's zusammengerollt wie eine Nudel, Mann, yeah, boom, 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 yo, das war's auf jeden Fall mit dem Video, ja, ist halt ein Video, weil ich gerade meine Weißheitszähne gezogen bekommen habe, peaced out, peaced out, peaced out, meine Freunde.